Vorbereitungen zum Beitragsmodul Hallo und herzlich willkommen zur EFEWA Erklärvideoreihe. In diesem Video geht es um die Vorbereitungen zum neuen Beitragsmodul. Vorweg sei erwähnt, dass alle Daten, die in den Videos gezeigt werden, fiktiv sind. Es handelt sich also nicht um Echtdaten. Das Video unterteilt sich in drei Abschnitte. Zum einen die Gliederungsverwaltung, die Pflege der Mitgliedsbankdaten und die Übersicht und Verwaltung der Beitragsordnung. 1. Gliederungsverwaltung Um das neue Beitragsmodul für den Einzug im SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, müssen Ihre hinterlegten Bankdaten in der Gliederungsverwaltung eingetragen und korrekt sein. Falls Sie das SEPA-Lastschriftverfahren nicht nutzen möchten, müssen Sie hier keine Bankdaten eingeben. Schauen wir uns das Ganze mal an, wenn Sie das Verfahren nutzen möchten. Sie klicken im Menü auf Gliederungsverwaltung und wählen dort Ihre Kolpingsfamilie aus. Nun öffnen sich unterhalb weitere Informationen, welche Sie überprüfen können. Darunter Ihre Gläubiger-ID, Ihre Steuernummer und Ihre Bankdaten. Sollten Sie dort keine Eintragungen vorfinden, können Sie diese mit einem Klick auf Bearbeiten – Einpflegen. Nun tragen Sie den Kontoinhaber ein. Anschließend tragen Sie die IBAN ein. Wenn Sie Ihre IBAN eingetragen haben und die Zeile mit einem Klick in eine andere Zeile wechseln, wird das Kreditinstitut automatisch vervollständigt. Wie wir sehen, klappt das an dieser Stelle. Nun fehlt noch Ihre Steuernummer. Diese benötigen Sie nur, sofern Sie als Kolpingsfamilie eine Steuernummer haben und die Rechnungen als Zuwendungsbestätigungen gelten sollen. Ist das der Fall, tragen Sie dort Ihre 10- bis 11-stellige Kennziffer ein. Wichtig ist, dass das Format stimmt, zum Beispiel 1, 2, Slash 3, 4, 5, Slash 6, 7, 8, 9, 0. Einen Slash finden Sie auf der Tastatur unter der Ziffer 7. Halten Sie Shift und 7 gedrückt, erhalten Sie einen Slash. Notfalls kopieren Sie den Slash einfach aus dem Internet. Falls Sie keine Steuernummer haben, lassen Sie das Feld einfach leer. Tragen Sie zum Schluss Ihre Gläubiger-ID aus dem Lastschriftverfahren ein und bestätigen das Ganze mit der Schaltfläche Speichern. Kommen wir nun also zu den Bankdaten Ihrer Mitglieder, die Sie selbstverständlich auch nur benötigen, wenn Sie das SEPA-Lastschriftverfahren nutzen möchten. Für eine Überweisung oder eine Barzahlung ist die Angabe der Mitgliedsbankdaten nicht erforderlich. 2. Pflege der Mitgliedsbankdaten Damit der Beitragseinzug erfolgreich abgewickelt werden kann, ist es wichtig, die Bankdaten Ihrer Mitglieder zu überprüfen. Dazu klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Mitgliederverwaltung und dann auf Mitglieder. Anschließend stellen Sie sicher, dass der Filter Aktive ausgewählt ist. Ist dieser rot hinterlegt, so werden uns nur die aktiven Mitglieder angezeigt. An dieser Stelle sei erwähnt, wir machen das Ganze nun manuell. In einem separaten Video erklären wir, wie Sie die Bankdaten der Mitglieder auch mithilfe einer Datei importieren können. Um die Bankdaten eines Mitglieds zu überprüfen oder zu hinterlegen, klicken Sie auf das entsprechende Mitglied. Nun öffnen sich unterhalb weitere Informationen zum Mitglied. Sie klicken auf Zur Detailansicht. Im unteren Bereich der Seite finden Sie dann das Portlet Bankdaten vor. Hier können Sie überprüfen, ob eventuell bereits eingetragene Bankdaten noch aktuell sind. Sollten diese zum Beispiel abgelaufen sein, so können Sie bei Bankverbindung gültig bis das entsprechende Ablaufdatum angeben. Nun klicken Sie auf Weiter und bestätigen den Hinweis, dass eventuell offene Posten automatisch auf die geänderten Daten aktualisiert werden mit Ja. Im darauffolgenden Reiter Mandate tragen Sie ebenfalls unter Mandat gültig bis das entsprechende Datum ein und bestätigen mit der Schaltfläche Speichern. Falls keine oder ungültige Bankdaten hinterlegt sind, klicken Sie auf Neuanlage und fügen aktuell gültige Bankdaten hinzu. Dazu tragen Sie zunächst eine gültige IBAN ein. Mit einem Klick in ein anderes Feld werden die SWIFT-BIG, die Kontonummer, Bankleitzahl sowie die Bankverbindung automatisch vervollständigt. Bitte beachten Sie das DE in der IBAN groß und alle Zeichen zusammenzuschreiben. Mit einem Klick auf die Auswahlbox Hauptbankverbindung wählen Sie aus, dass es sich um die Hauptbankverbindung für den Beitragseinzug handelt. Nun klicken Sie auf Weiter. Bei dem Reitermandat können Sie für Sie intern relevante Daten eintragen. Diese sind für den Beitragseinzug jedoch nicht erforderlich. Zum Schluss klicken Sie auf Speichern und bekommen die Neueintragung entsprechend bestätigt. Soll die Bankverbindung auch gleich zum Lastschrifteinzug genutzt werden, muss die Beitragszuordnung noch entsprechend auf Lastschrift umgestellt werden. Klicken Sie hierzu im Portlet Beitragszuordnungen auf Zahlart, Zahlweise ändern. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Zahlart auszuwählen, in unserem Fall die Lastschrift. Ebenfalls abändern können Sie die Zahlweise. Diese stellen wir in diesem Fall auf jährlich und bestätigen das Ganze mit einem Klick auf Speichern. Falls Sie die bei der Abrechnung generierten Rechnungen mit einem Klick an die entsprechenden Mitglieder per E-Mail versenden möchten, stellen Sie außerdem sicher, dass gültige E-Mail-Adressen hinterlegt sind. Überprüfen können Sie dies in der Detailansicht unter Informationen und Kontakt. Unter Bearbeiten und Zusatzinformationen können Sie die E-Mail-Adresse hinterlegen, sollte hier keine hinterlegt sein. Wichtig hierbei, die Rechnungen werden an die private E-Mail-Adresse gesendet. Drittens, Übersicht und Verwaltung der Beitragsordnung. Die Beitragsordnung finden Sie unter dem Reiter Beitragsverwaltung und Beitragsordnung. Dort werden alle aktuellen Beitragsarten und Stufen aufgelistet, um eine komfortable Verwaltung zu ermöglichen. Klicken Sie nun auf die einzelnen Zeilen, so wird uns der Verbands-, Zustiftungs- und Ortsbeitrag angezeigt. Beim Ortsbeitrag können Sie nun entsprechende Eintragungen vornehmen. Dieser Betrag ist von Ihnen als Kolpingsfamilie festgelegt, kann aber auch 0 Euro betragen, sofern Sie als Kolpingsfamilie keinen Ortsbeitrag erheben. Bei jeder vorgenommenen Eintragung müssen Sie dann jeweils rechts auf Speichern klicken. Nun sind alle Vorbereitungen für das Beitragsmodul abgeschlossen. Schauen Sie sich auch unsere weiteren Videos an. Dort erklären wir Ihnen, wie Sie Mitgliedsbankdaten mit Hilfe einer Vorlage importieren können und wie Sie die Jahresabrechnung der Mitgliedsbeiträge schlussendlich durchführen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017